Ich schau mal kurz in das rote und in das orangene Gebäude kurz rein. Und das grüne ist auch ganz gut. Das sind eh ganz gute Gebäude für Rucksäcke. Oh, das ist schon wieder so ein Mistvieh. Komm schon, Supermarkt! Erlöse den Curry von den Schulrucksacks. Hier liegt so ein Rucksack, den du hast. Ist da mehr Platz drin? Ja, es hat einen 25er, aber du hast ja nur einen 12er. Natürlich. Und besser kriegst du hier auch nicht. Haben wir eh das, was wir wollen. Werde ich den erstmal? Eine Banane! Die Großen liegen dann halt meistens in den Baracken, ne? Naja. Oder halt in der Erftüte. Das sind wir ja auch gleich. Sneaken wir uns einfach ein bisschen an und dann passt das schon. Dann werden wir schon nicht auf die Schnauze kriegen. Das hoffe ich jetzt mal. Das kriegen wir schon hin. Was sollen wir denn hier für eine Money legen? Oh! Was hast du denn? Snaploader. Für? Ich glaube der ist für die SKS, ich weiß es aber nicht. Nee, SKS gibt es nicht. Für Double Rifle. Genau. Blaze. Aber hier ist noch Money für irgendwas. Was ist das? Für? 45 ACP. Ähm. 45 ACP ist so weiter. Ne neuer Typ auf dem Server. Wie für die FNX oder sowas. Ja. Was ist das? Hier ist ein Gaskocher. Die gehen ja leider in Holmer nicht. Das wollen sie jetzt dann irgendwann einführen. Kochen und alles mögliche. Ist echt ganz geil dann. So. Fertig? Wo bist du? Ich bin hier gerade in den Gebäuden drin. Komm, zu dir zum Supermarkt. Ich seh dich schon. Zombie. Ja, wenn... Ich war einmal von Balota Airfield und bin drüber gelaufen. Da wo ihr auch... Ähm. Wo wart ihr da? Achso, da wo Dennis und du zusammen gezockt hast. Und ich hatte die ganzen Taschen voller Munition. Ja. Pistolen, Money, alles mögliche. Ich hatte drei Pistolen verschiedene. Es gibt jetzt so viele, das ist total übertrieben. So. Ja, mach doch die Fäuste raus. Auf geht's. Was ist das für ein Gebäude da vorne? Ich glaube, der rennt gar nicht mehr schneller, wenn man die Fäuste oben hat, ne? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich mach's doch als Gewohnheit. Jetzt werden wir, glaube ich, hier alles finden, was wir brauchen. Wenn's nicht gelootet ist. Und wenn's gelootet ist, dann springen wir schnell auf den anderen Server. Also kein Problem. Das Gebäude kann man immer gut mitnehmen. Und da hinten die Scheine können wir auch mitnehmen. Ist das nicht auch das Piano-Haus? Ich glaube auch. Ah ne. Doch, das ist auch. Doch, 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 doch. Das ist immer ganz gut. Da ist ne Dose, da ist Munition. Ich kann schon nix mehr mitnehmen. Kannst du noch was mitnehmen? Ja, ja, ich kann noch was mitnehmen. Ne, hab schon. Passt. Piano-Haus. Oben liegt auch schon wieder ne Waffe. War hier was zu essen, oder? Eine SKS. Ja, da war nur ne geschlossene Dose. Aber die kann ich dann alle aufmachen. Hier unten liegt noch was. Was liegt denn da? Da komm ich nicht hin. Ohne geil. Oben lag schon wieder ne SKS. Ja, warte kurz. Alter. Hm? Was ist los? Ja, ich muss grad hier was schreiben. Ok. Ja, mach halt. Ich trink kurz was. Ich hab ne Dose aufgemacht und die Dose war weg. Was fand der scheiß. Was fand der scheiß? Tch. Auf einmal ist die Dose weg. Na egal, war noch einmal. Ach so. Egal, weiter. Ich hab eh glaub ich genügend Essen für drei Mann oder so. Na geil! Das ist geil. Das ist geil. Ja, wenn du willst, können wir sowas ruhig öfter machen. Mir macht das nichts aus. Ja, ich muss das halt immer machen, wenn ich drauf geh, ne? Ja, genau. Schau mal rein. Das ist auch ab und zu was. Aja, aber das ist nicht. Ja, die Sache bin ich. Das hab ich nicht gerochen. Das hab ich nicht gerochen. Das hat nicht heißen gerochen. Ah, Zombie. Egal, wie wir sehen, den Knall wird gleich weg. Würd ich raussagen. Ja, keiner. Kriegt da keiner mit. Ja, Ambercover. Ja, Zombie. Hörn Zombie. thế? Ja, hinter dir läuft der Zombie, aber egal. Bis bei Lothar haben wir den am Anfang weg. Das kann sich ja auch selber schlagen, gell? Und von den Häusern können die nicht springen, dann sterben sie auch. Weil die spawnen jetzt auch auf Dächern. Da kannst du mal sehen, wie bekloppt die sind, ey. Die spawnen jetzt auch auf Dächern. Na komm. Bist du am humpeln, aber es tut mir aber leid. Ah, daneben! Ich glaube, einen Longscope findet man nur am großen Airfield, oder? Wirst du denn noch hochlaufen? Nicht, oder? Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Du brauchst da unbedingt eins, oder wie? Ich würde mich erst mal mit einem PU-Scope zufrieden. Ja, hätte gern eins. Ja, oder wenn halt ein M4 da liegt. Ja. Oder wenn wir da einen jetzt gleich erschießen mit M4. Ja. Ja, schau mal einfach mal. Aber es könnte relativ schwer werden, weil auf der Mosing gar kein Visier drauf ist. Ja, ich hab auch noch eine SKS ohne. Schau mal einfach mal. Hier so ein Schlag. Wie wollen wir das denn jetzt machen? Ja, von rechts. Von rechts hin. Rechts am Gitter entlang und dann... So wie ich es jetzt auch damals gemacht habe. Rechts am Gitter und dann die ganze Welt durch den Wald laufen und... Dann schauen wir mal. Wir kommen am Airfield. Gibt's bestimmt gleich Schüsse. Zack, 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 zack. Also wenn wir jetzt schlafen, ne? Das wär echt scheiße. Wenn du denkst, pack mal die Waffe lieber aus. Warte, ich muss hier erstmal wieder neu drauf. Okay. Ich hab auch ne 4 Schüsse in der SKS. Ich hab 5. Okay. Wie gesagt, das ist bei solchen Waffen immer halt problematisch. Der Schuss muss sitzen, ne? Ja. Sonst bist du echt, äh... Bist du gut im Schießen eigentlich? Ja, es geht. Ich lerne es halt langsam, ne? Ja, geht mir auch so. Was geil ist, wenn du triffst, dann ist er tot. Ja, Headshot. Auch wenn es keiner ist. Ja, du musst auch nicht mal Headshot machen. Ja, One-Head halt immer. Ist geil, ja? Ja. Ich würd einfach jetzt mal hier in den Wald kurz schauen. Warte. Und dann... Oder ins erste Prison kann man eigentlich bedenkenlos reingehen immer. Das ist kein Problem. Ja, da ist mir ein Problem. Ja, letztens auch der Typ in die Arme gelaufen mit dem Mosin. Mit dem Longscope und alles. Okay. Wir müssen nur halt beim Tower dann schauen. Denkst du, der hockt ja noch immer, der eine Spiele? Wir sind los. Ach, du kommst von der anderen Seite? Okay. Ich sollte erst mal sichern. Ja, geh du nach oben, nicht nach unten. Das schaut leer aus bei mir. Ist bei dir was? What the fuck? Was los? Ach, da ist ein Helm in der Wand, glaub ich. Mach die Tür zu. Alter, hier ist, glaub ich, alles schon leer gelootet, ja. Hier ist alles weg. Wollen wir gleich auf einen anderen Server gehen? Ja, sollen wir hier drin mal eben... Oder wo? Lieber draußen. Oder nee, ja... Ja, mach mal lieber draußen. Weil ich hab das auch schon mal... Ich bin gespawnt hier drinnen. Ja, wollen wir trotzdem erst mal noch da vorne gucken. Da denkst du, das lohnt sich. Wir hätten gerade die Tür zugemacht. Ich. Wahrscheinlich kein anderer Spieler. Ich bin dann zu einem. Nicht so rum, nicht so rum, nicht so rum. Ja, ist mir schon klar. Jetzt können wir ja kurz auf den Tower schauen. Warte mal. Ich seh nix. Ich seh keine Bewegung. Ja, mach mal einfach mal auf gut Glück, würd ich sagen. Ja. Einfach mal rüber rennen, komm. Komm, er fällt einfach mal rüber rennen. Auch nicht schlecht. Warte mal. Nee. Wir brauchen halt die Visiere, die heute in den Hangars liegen. Ja. Ich glaub, Longer Range kann sogar in den Hangars spawnen. Äh, weißt du eigentlich, ob jetzt bei den Zeltstätten überhaupt noch Sachen spawnen? Ja, ich glaub, da spawnt nix mehr. Patrick hat letztes gesagt, da glaub ich, spawnt nix mehr. Das ist ja blöd. Früher war das so geil, da bist du einmal durchgerangen und hast echt tausend Visiere gehabt. Schaut gut aus. Schaut leer aus. Baracken. An dem Baracken steht ein Typ, oder? Siehst du den? Was? Oder ist das ein Zombie? An dem Barocken? Wo denn? Das ist ein Zombie. Okay. Schaut relativ leer aus, alles hier. Aber nicht drauf verlassen. Ich glaub, wir müssen hier einmal kurz von selber runter auf den anderen. Ja. Weil der ist relativ leer, alles. Ein Militärhelm, wenn du willst, ein grüner. Warte mal! Was? Seid mal ruhig! Seid mal stehen! Unter der Treppe ist ein Zombie. So, ich dachte, ich hör jemanden laufen. Ja, einfach ganz langsam hoch. Hier liegen leere Konserven, Alter. Ich geh vor, ich hab die SKS. Sind alle leer. Bei mir ist es nicht so wichtig, wenn ich sterbe. Welches wichtiger für die Aufnahme? Mann, dann bin ich alleine. Alter, der hat sich da voll gefressen wie nochmal was. Ich glaub, der hat hier übelst abgekämmt gerade. Dann schnappen wir ihn uns vielleicht noch. Wo ist der denn? Ich weiß nicht. Hier ist nichts mehr oben. Nicht rausgehen, auf keinen Fall rausgehen. Nicht rausgehen. Also nicht außenrum rumlaufen. Wenn da schon so viel ist. Alter! Ja. Und hinten rumlaufen. Ja, der hat sich da ganz schön viel reingehauen. Der Typ. Ja. Das waren ja fast 10 Dosen. Verrückte. Jetzt machen wir es so. Ja, wir gehen in die bei Hangars rein. Einer links, einer rechts gleich. Also, jetzt geht's mal weiter. Das sind die bei den Abläufen. Aber mit dem Zombie stehen da schon relativ verdächtig rum. Bei mir ist es frei. Bei dir was? Ja. Guck mal, ne... Ich glaub, es ist alles leer. Ja. Ne, hier liegt was. Was ist das? Oh, ne Birdstock. Bei dir ein 4. Bei mir ist es frei. Bei dir verdammt. Oh, ne, hier liegt was. Ah, hier ist... ... Buiz für die M4, glaube ich. Okay. Jetzt müssen wir erstmal eine AT finden. Ja, gehen wir trotzdem mal zu den Baracken, weil alles kann er nicht mitnehmen. Rucksäcke finden wir auf jeden Fall. Was ist mit dem ATC? Äh, mit dem Prison, meine ich. Ja, gehen wir auch mal rein. Ich glaube, der Typ hat sich da oben... also die Baracken sind offen. Ich mach die Tür zu. Ich glaube, der hat sich da ausgelockt da oben. Man weiß halt nie, ob er so wenig Spiel an. Ja. Vielleicht sein lässt oder nicht. Hier liegt nochmal ein Backpack, aber ein Talon, also ein kleiner. Das ist noch nicht so. Na, raus zu dem Barack. Oh ja, 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 ja... Oh, Tommi! Doch, ich gehe raus. Egal, einfach rüber. So, mach mal Quell, was hier erscheint. Halt, das ist Zombie schnell. Ich muss die Waffe einpacken, sonst verweck ich. Ja, komm her, du Mistzombie. Du wirst es doch auch. Du wirst doch auch getötet werden. So, wohl in Frieden. Geh dann in eine Baracke rein und go. Ich nehme die Rechte, die Mettler ist danach frei. Ah, ich glaube, der hat sich ausgelockt, der Typ. Jawoll, Rucksack, Alter. Sehr gut. Und grün auch noch, perfekt. Ich habe einen, aber ich habe einen Orangen. Brauche ich halt jetzt nur noch irgendwie Militärklamotten, das wäre super. Ja. Wir können uns ja einfach die ganze Zeit hier einloggen und ausloggen auf einen anderen Server. Habt ihr da, wo ihr mit der großen Gruppe rumgelaufen seid, habt ihr die Aufnahme überlebt? Oder seid ihr verreckt am Schluss? Ja, ein paar haben überlebt. Ich glaube, der Erich wurde nur abgeschlossen. Okay. Endlich noch ein großer Backpack. Kann die ganzen Dosen einzeln drüberziehen. Das ist echt zu kurz. So. So. Ich würde sagen, gehen wir hier, loggen wir uns aus. Warte, warte. Ich will noch kurz... Hast du das mittlere Prison mitgenommen? Oder hast du reingeschaut? Ach nee, da warst du noch nicht drin, ne? Ich bin noch beim ersten. Ich habe jetzt gerade erstmal mein Backpack alles drüber switchen müssen. So auf den großen. Genau. Einfach hinter dem Barack mal ausloggen. Mit dem Schloss. Ah, leg doch einen Rucksack. Was für einer? Roter. Ja, mag ich nicht. Ja, loggen wir uns hier hinter dem Barack mal aus und dann... Ja, nee, lass uns hier vorne ins Zahnzelt legen. Oder so. Das ist euch auch eine Idee. Magst du suchen? Soll ich suchen? Mir egal. Ich will erstmal raus jetzt. So. Auf jeden Fall irgendwie einen leeren, der... Na. Hast du das schon mal gehabt? Nö. Ah, hier ist noch SKS-Money. Sehr gut. Hey, ich habe eine... 16 Schuss, Alter. Posten Weapon-Flashlight. Nimm es einfach mal mit. Kann man das an die Dings machen? Hier ist ein grüner Rucksack noch. Ah, sehr gut. Mag ich lieber. Ähm, ich kann die Shotgun nicht mitnehmen. Äh, die Gasmaske nicht mitnehmen. Ne, ich brauche keinen grünen Rucksack mehr. Ich habe den besseren Rucksack, den Hunting-Backpack. Aber der hat doch weniger Plätze, oder? Dafür habe ich ja dich. Ne, ne, ich mag den lieber. Ich habe ein gutes Scope. Was hast du denn? Äh, das ist M. M 68er Combat Scope. Aber ist schon badly damaged. Blut. Ne, ich nehme lieber immer den Rucksack. Lauer Rucksack. Lauer Rucksack, Lauer Rucksack. In den beiden, die nebeneinander stehen, bin ich schon durch. Okay. Ich stehe davor. Oh, ich stehe davor. Ich droppe dir mal eben die Muni hier hin. Ja. Zack. Hey, was hast du gebraucht? Das Flashlight, oder? Wolltest du mal anschauen? Ja, kann ich das auf die Waffe packen? Ich glaube, es geht gar nicht, oder? Ne, ne, ne. Das ist für Pistole. Hey, noch ein Tipp, sonst gibt es. Skitchein. Luzi. Und irgendein Strich. Ja. Tauer ist alles clear. Passt. Ich sehe einen Spieler, glaube ich. Wo? Rechts entlang. Ist das ein Spieler, oder war es ein Zombie? Dann direkt da, ich glaube, irgendwie am Hangar steht er da. Das ist ein Zombie. Bewegt sich nämlich nicht. Oh, ne, ist schon los. Da hatten wir ja vorhin auch. Alter, was liegt denn hier? Hey, hier liegt ein Pistolenmagazin. Da habe ich auch gefunden. Aber ich kann es nicht mitnehmen. Ich muss noch kurz was essen. Military Boots oder Jungle Boots? Welche sind besser? Warte mal. Ich habe jetzt die Jungle Boots. Alter, was liegt hier? Eine SKS, ein großer Rucksack. Stimmst du? Glücklich sind wir nicht hier runtergegangen, Alter. Ich laufe die ganze Zeit hin und her über das R-Field. Wechseln ins Server. Ja. Bis wir alles haben. Was war ich? Das flackt hier alles. Jungle Boots oder... Ist eigentlich egal. Ich nehme immer die Red Punk Boots mit den Totenköpfen drauf. Die roten, das sind die coolsten. Aber... Also ich habe Jungle Boots, die sind Wurrn. Und einmal hier diese Military Boots, die sind Pristine. Dann nimm doch die Military. Ja. Dann brauche ich nur noch ein Oberteil. Hier ist noch eine Dose, nicht vergessen. Komm mal her. Aber die ist badly damaged, nicht, dass die nachher schlecht ist oder so. Nein, 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 nein. Das macht nichts. Die ist badly damaged, geht noch immer. Komm her. Warst du schon unten? Ja, ne? Komm her, komm her. Mitnehmen. Warte. Alles mitnehmen. Brauchst du ja. Ich kann ja dann später alle noch aufmachen. Badly damaged, geht noch immer. Das ist kein Problem. Aber du hattest doch auch schon mal dieses mit dem Funny Taste Ende mal auf, gell? Ja. Und dann bist du krank geworden, richtig? Dann bin ich krank geworden. Was hast du dann genau? Kommt drauf an, was du trinkst. Antibiotika muss man, glaube ich, nehmen, oder? Ich habe Kohletabletten gekriegt, dann habe ich Vitamine genommen. Wo bist du? Warte, wir schon weiter. Ne, ich habe Cornflakes, eine ganze Packung gefressen. Also du kannst jetzt Eat All machen. Und dann hatte ich auf einmal das mit dem Funny Taste in der Mouth und dann war ich krank. Hey, ein Quickloader für meine Magnum. Sehr gut. Gleich mal einbauen. Ach so. Liegt mir Rucksack im Hangar. Aha. Das bin ich. Da habe ich schon einen Quickloader reingebaut. Okay. Okay. Gut, dass wir da nicht runtergegangen sind, da liegt ja noch so viel rum. Alter, was ist das denn für eine Munition? Im ersten Hangar. Was denn? 10-Round-22-Mag-Money. Was ist das denn? Keine Ahnung. Soll ich das noch mitnehmen? Als Zombie? Ja, ich nehme es noch mit. Ich werde es mal anschauen. Schon wieder so gekriegt. Ich kann schon echt nichts mitnehmen. Weil ich bin in einem Tower, ne? Also... Ja, ich schieße und tue jetzt eh keinen sofort. Versichtskontakt. Ah, dann mach du einen Tower, dann gehe ich gleich weiter zur letzten Prism, dann sind wir eh schon wieder durch. Ich werde wieder wechseln. Ja. Kannst du eigentlich bei einem Tower bleiben. Und in 250 Sekunden müssen wir auch ungefähr fertig haben. Passt doch schon. Boah, schönes Winter. Du läufst da vorne, ne? Ja. Was? Ich kann doch nicht hier im Tower bleiben, Alter. Mach, was du magst. Oder komm auch zum Prison, wie du möchtest. Oder ich setze mich unter die Treppe. Ja, genau. Schaut eh nie einer. Logge ich mich hier aus, ne? Ja, ich gehe noch kurz ins Prison und dann kannst du schon mal nach dem Server schauen. Also ich laufe gerade mitten über das Airfield. Das konntest du auch nicht machen oft. Dann müssten wir mal einen Server kriegen, wo noch nichts gelootet ist. Das ist ja immer ganz cool. Das ist ja auch mit dem Server. Dann muss ich noch kurz umsetzen. Das kann man sogar hier drin. Das ist ja auch mit dem Server drin. Da war so viel dabei. Ich glaube, auf dem leeren Server kann sie gar nicht mehr, wie es aussieht. Na, hast du irgendwie kein Connect? Versteh mir ganz klar.